Ich will nicht. Er würde den Scherz nicht verstehen. Ich will einen Kämling klettern. Oha. Wir können... Es ist einer von diesen Flaschen... Das ist zu kompliziert für mich. Können wir die mitnehmen? Nee. Nee. Natürlich nicht. Könnten wir in der Gegenwart gut drücken, aber... Es ist einer von diesen Flaschenzügen. Das ist von einem Bett blockiert. Das ist von einem Bett blockiert. Sieht wie ein Schlafzimmer aus. Das ist schon auf. Heimdorz. Irgendwie müssen wir an die Ratte kommen wahrscheinlich. Und seine Kultenszene müssen wir noch kommen. Schulz. So, ne, drum noch mal. Was war hier drin? Ach ja. Sieh hier. Wollen wir jetzt irgendwas mitnehmen? Ja. Ja. Der Post. Hier gibt es nichts mehr. Aha. Hier bin ich. Immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Hm. Wir müssen noch das Spielzeugmausfüllen der Katze. Und so. Mit dem Küchenbild müssen wir uns irgendwie hinkriegen. Hm. Wohin damit? Okay, jetzt ist es wahrscheinlich zu, ja, wir sind zu langsam. Hoppla. Ja. Wohin damit? Geht's hier rüber? Tja. Ich glaube nicht. Hm. Was machen wir jetzt hier nochmal? So schnell sind wir auch mal nicht, dass wir uns das präfen können. Ne, das wird nix. Hoppla. Tja. Tja. Ich komme mit dir ablenken. Esu. Okay. Sehr spartanisch. Ich verstehe nicht. Jetzt biechen die Matratze. Das kann ich nicht machen. Tja, warum nicht? Hm. Okay, ich hole mal die komplett Dösung raus. Erbärm dich. Okay. Genau. Hm, 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 hm. Aber wir sind zu langsam. Aha, ich verstehe es nicht. Es lohnt Anleitung. Muss das jetzt klappen? Wohin damit? Jetzt sollen wir das hier oben wieder benutzen. Was soll das bringen? Wir sind offensichtlich zu langsam. Und das zu benutzen geht auch irgendwie nicht immer. Hä? Ich verstehe irgendwie was nicht. Tut das not, dass wir jetzt die Rat wieder mitnehmen? Ich weiß nicht. Wir gehen mal wieder runter. Hier passiert was. 5 Jahre später. Holt mich hier runter. Oha. Ja. Ähm. Ähm. Ja. Oha. 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 Können wir jetzt fair machen. Jo Tom. Thomas. Wie kannst du Hancock so leiden lassen? Ein richtiger Mann wärmt sich an seinem Geist. Hör dir Georges Erfahrungen im Valley Forge an und lern daraus. Bis später. Was? Was passiert später? Ah ja. So können wir hier noch irgendwas holen. Ah ja. Ich hab ne Idee. Können wir... Ich will nicht. Orangen und Rot malen. Ah ja. Und jetzt können wir Jo Jo Schinken ablenken. den wir noch ausschicken und den Baum fallen lassen. So George nochmal. Entschuldigung. Ja. Ich habe über die Kirschbäume nachgedacht. Am sinnieren über die großen Wahrheiten. Nun. Ich wette du hast es verlernt. Du könntest keinen Baum fällen um deine Oma zu retten. Verlernt? Ich? Ha. Ich würde es dir schon zeigen wenn ein Kirschbaum hier wäre. Aber wie du sehen kannst. Das ist doch einer. Genau. Ach was. Ach was. Du musst so verstehen. Ich stecke hier fest in diesem. Baum. Das ist jetzt. Wobei gefällt. Du bist schon ein echter Mann. Ja. Ich weiß. George kann den Baum zerstören. Ehm. Ahem. wir finden jemanden der dich aufnimmt bevor wir dich einschläfern müssen verdammt sei dr fred sie kennt das motto der edison familie dr fred sind sie das du spinnst es gab kein fred in der edison familie seit 200 jahren der letzte freie eine schande für die ganze familie nicht zu vergessen für die ganze menschheit also wir sind sie dann ich bin z edison das ist meine frau sind und mein sohn fett schön euch zu sehen wo bin ich richtig gefahren einst stolzen haus der edison familie wir waren einmal die herren dieses hauses sowie die menschen weil die herren der erde waren jetzt sind wir die sklaven die haustiere und ziemlich schlechte darf ich hinzufügen o verzieh dich du verzogener nachtschwärmer wie komme ich hier raus wenn ich das wüsste meinst du ich wäre dann hier wie war das mit der menschenshow es ist eine farce genau das ist es diese schleimigen tentakel stecken menschen in kleine kostüme machen schreckliche dinge mit ihrem haar und zwingen sie dann dazu ihre grässlichen talente unqualifizierten preisrichtern vorzuführen die wochen vorher bezahlt wurden durftest nicht mitmachen was sie meinten makrame wäre kein talent diese schleimigen riesenwürmer ich habe das gehört ich bin jetzt müde vom sprechen es war ein langer tag und ich bin nur ein mensch zentakel richter ja zentakel lieber nicht stören sie betrügen sich gerade lieber nicht stören sie betrügen sich gerade wahrscheinlich gezinkt ich will hier raus das ist eine verletzung meiner rechte rechte du bist ein mensch du hast keine rechte ich muss mal für kleine tentakel ha ha der ist gut man stellt sich vor ein mensch auf der toilette ok lass uns gasse gehen ja was gut menschlein erledige dein geschäft früheres motel es gefällt mir was die aus dem hotel gemacht haben ich glaube das muss ich irgendwo reinstecken aber es ist nicht lang genug es ist mit dem chrono john verbunden der stecker liegt daneben der stecker liegt daneben ist schon auf ich möchte nicht ausgesperrt werden ich bin zu groß dafür ich kann doch der frets altes labor sehen und sein generator ist auch da du musst so irgendwie reinkommen aber durch das fenster komme ich nie durch ok ok skypelle ok skypelle ich denke er ist stärker als ich können wir reingehen? nein können wir nicht was für ein schlechter anstrich hallo, Herr Tentakeltyp es ist Zeit also ähm kann ich hiermit irgendwas ist die Tür ein Schalter Autsch war ich so gut vor nochmal tja juhu Mr. Tentakel was mir ist schlecht ich glaube ich muss mich übergeben oh oh Zeit Dr. Tentakel zu besuchen okay oh ja was haben wir denn hier? mir ist schlecht wirklich? ok jetzt halt still werden sie ihr Skalpell benutzen? natürlich nicht Mist wollen sie meins benutzen? ähm nein hm 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 eine Zeichnung von Menschen was? was ist? genau wie ich dachte was? alles ist in Ordnung mit dir Mensch puh ich muss jetzt zur Show ich schicke nach deinem Wächter oh sitz ruhig leid leid der leid s�� an auch bin mit der uns äh Until schulle ich diplom das sollte ich nicht machen er hat eine menge geld dafür bezahlt lizenziert zur behandlung von tentakeln zum wohle der tentakelrasse ja für diplom ja die verrückte wenn das monday ist es ist wenn es mal nicht das nur klaus ich weiß nicht es kommt aus welches man nicht bekannt vor hallo ich bin laverne ich bin studentin mein name ist herald ich bin ein vollblut wenn ist man daher das geklaut sieht aber gut aus was du da trägst dankeschön mein besitzer hat eine menge dafür bezahlt wo ist dein besitzer er ist gerade nicht da aber er wäre wenn er irgendwie könnte sein bus ist in pittsburg liegen geblieben und er sitzt da mit den anderen fest das ist meine erste show alleine ist dein haar naturblau wie süß es brauchte einige sehr teure sitzungen in einem salon den haar wettbewerb habe ich in der tasche worauf wartet ihr jungs wir warten darauf dass die show beginnt worauf sonst wenn dein besitzer dich teilnehmen lassen will brauchst du noch ein namensschild ist aber auch egal mein besitzer sagt ich werde gewinnen ich bin der schönste mensch hier ja dann viel glück wer braucht glück wenn man schön ist die mensch die menschheit hat fortschritte gemacht in den letzten 200 jahren die beiden scheinen sich über etwas zu freuen ich bezweifle dass ich das bewegen kann hi ich bin davon das ist schade vielleicht solltest du zum arzt gehen und jetzt geh was ist oben los nichts was ich etwas angehen würde eine alte zeitkapsel und wertlose menschliche relikte und natürlich der showraum zutritt für menschen natürlich verboten es sei denn sie gehören zur show und jetzt geh okay nette uhr kaum niemand darf sie anfassen besonders menschen nicht und jetzt geh kennst du mich noch ich bin davon es tut mir leid aber da kann ich nichts machen und jetzt geh hast du mit dem hut ein kostenloses sandwich bekommen ok dann gehen wir mal menschen dürfen hier nicht frei rumlaufen ich bringe dich zurück in den zwinger ich wünschte ich hätte eine tentakel verkleidung was ich muss mal für kleine tentakel oh na gut ok lass uns gassi gehen gut menschlein erledige dein geschäft ja alles klar ist richtig können wir doch bestimmt mal jetzt haben geschehen ein tolles spüren guckte aber in die vergangenheit äh in den gegenworts Ende Darker Schema Okay, brauchen wir irgendwas in der Vergangenheit? Vielleicht die Kassette? Eine Zukunft? Kleine Tappenwaschung Ja, irgendetwas sagt mir Sollte man versuchen die Kurbel in die Toilette zu wachen Jetzt haben wir die Kurbel, wofür haben wir Ich glaube nicht, dass ich das öffnen kann Aha So, wir lassen es mal wieder Enkel kommen Es ist Zeit Okay Und die Zitake mit irgendwas pinzen Das macht keinen Sinn Wir müssen uns wieder zum Arzt bringen lassen Juhu, Mr. Tentacle Guide Was? Oh, mir ist schlecht Schon wieder Der Arzt ist nicht da Können wir hier irgendwie Können wir nicht Hier ist eine Tür Oh Hier waren wir aber nicht Swinger Halt Wie bist du rausgekommen? Geh da wieder rein Das Jetzt wissen wir, wo wir sitzen Wenn Dr. Tentacle doch nur ein bisschen mehr auf seine Patienten achten würde Juhu, Mr. Tentacle Guide Was? Oh, mir ist schlecht Schon wieder? Unterdessen Sagen Sie, Leugner Wie denken Sie wirklich über die Menschen Ehrlich, Sir? Ich denke, sie sind dreckig Obszön Faul Widerlich Wie das Zeug in deinen Augen Wenn du wach wirst Wie das Wachs, das sich hinter den Saugnäpfen bildet Wie? Das reicht, mein Sohn Ich wollte nur sicher gehen, dass du keiner der Menschen-Sympathisanten bist Menschen-Sympathisanten Jetzt, wie das schreckliche Menschen schon läuft Wibbeln es überall von Menschen-Liebhabern Ich bin kein Menschen-Liebhaber, Sir Das ist gut Nun hör mir zu Ich habe da einen kleinen Wibbeln es überall von Menschen-Liebhabern